Stratovarius stellt die Frage von allen Fragen. Wieso sind wir überhaupt da? Ist es so, wie die Existenzialisten sagen, dass die Welt in sich zufällig und sinnlos ist? Und der einzige Sinn der ist, wo wir selber arbeiten können? Oder gibt es doch einen grösseren, guten Willen? So wie der Paulus der Epheser schreibt. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und den Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm. Wieso sind wir da? Was denkst du? Danke. Hallo.